Ciao Jungs! Hallo, ich bin der Manuel Schardt von SWT Sports, heute machen wir wieder eine Bike-Vorstellung, die SWT-Nummer 131, der Johannes bellt jetzt ein, weil ich kann mir die Nummer nichts mehr merken, ich konzentriere mich ja voll aufs Fahren, damit das alles auch gut aussieht, ja, also nicht nur ich, sondern auch das Fahren, ja. Hallo! Unser Fernspagen steht wieder am Straßenrand, dass sie immer auch rauskriechen, wo wir zum Filmen hingehen, das ist schon massiv. Hier ist es gut! Musik 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 Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports, heute Technik, eine Bike-Vorstellung, die SWT 131, es ist mehr eine Sport-Enduro oder BMW Hard-Enduro als eine Reise-Enduro, was mir wieder richtig Spaß macht und ein Fahrzeug, bei dem ich auch mal wieder weiß, warum ich den ganzen Spaß so mache, in letzter Zeit habe ich viele Bobber gesehen, aber naja, was soll's, die Buben wollen auch bedient werden. Ja, was steht da vor uns? Eine Rahmenverstärkung mit Zentralfederbein, 1000 Kubikmotor, Getraggetriebe, 5-Gang, Auspuffanlage ist eine Art Original-Krümmeranlage mit Y-Rohr und dem Mystic Endschalldämpfer, der ist hier geschält. Ich finde, in der Ausbaustufe ist er nicht ganz so schön, ich würde hinten noch ein Röhrchen hinmachen, aber das bleibt dem Kunden ja auch immer ein wenig selber überlassen. Nur die Außenschale, verchromt und die Außenblende, Edelstahl, aber hinten fängt er schon leicht das Rosten an. Also es ist immer ein Trugschluss, dass alles aus Edelstahl ist, deswegen machen wir da hinten auch eine Kappe drauf und ein Röhrchen. Was mir besonders gut an dem Motorrad gefällt, ist die moderne Optik, also vorne dieser 2003er KDM-Kotflügel mit der Sportlichtmaske dazu. Und hinten den Heckfender, den er aus dem Zubehör hat, der hinten so toll abflacht. Ich finde, das macht das Motorrad so ein bisschen aggressiv. Natürlich, also ich will jetzt diese LC4-Version, die wir da von Putech oder selber auch machen, will ich jetzt nicht verwerfen. Das ist eine Großserien-Sache, da weiß ich nicht, wie schnell oder wie oft ich den Kutflügel herbringe. Aber es ist halt mal was anderes, mal eine andere Optik, die wir hier an den Tag legen. Fahrwerksmäßig unterscheidet sich die Maschine nicht groß von allen Umbauten. Es ist hinten das Zentralfederverein verbaut, in dem Fall ist es ein Öhlinsdämpfer. Und der außergewöhnliche Kotflügel sitzt auf einem Kutech, das Logo kennt man gut, Kutech Rahmenheck. Also die haben sich echt bewährt und die sind wirklich klasse. Der Kallenbach, der Zauber, das hat Hand und Fuß. Wenn wir dann über den G-S-Tank nach vorne schwenken, haben wir unsere SWT-Gabelbrücke mit einem konifizierten Lenker, mit einem Hahn-Wheels-Vorderrad, 320 mm Bremsscheibe und dem Brembo-Bremssattel. Den Sattel, den haben wir jetzt erstmal für kurze Zeit aus dem Programm genommen. Ich hoffe, dass es bei kurzer Zeit bleibt. Laut Aussage vom Brembo Mailand wurde die Form dieses Sattels aufgegeben. Ja, auch bei der Elektrik hat der Jürgen da richtig gespart, hat es schön schmal gemacht, schön sportlich mit LEDs als Blinker. Hinten ein schmaler, schönes Rücklicht. Aceville, 254er Dachau. Was er auch dran hat, wir waren jetzt Gabel vorne durch. Er hat unsere schönen Fußrasten dabei. Da hat man auch immer Grip, auch Barfuss. Was sieht das denn auch? Wieso, was ist denn da? Die habe ich gestern vor einer Woche gewaschen. Ja. Die habe ich gestern vor. Das sieht doch geil aus, oder? Das ist halt durch Stelhausen, einzigartig. Einzigartig. Nach dem ganzen Bobbergedös war das jetzt mal wieder schön, was Vernünftiges zu fahren. Hat echt Spaß gemacht mit ihr. Morgen holt der Jürgen sie ab. Ich bin dann ganz traurig. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt uns nicht in Instagram. Lasst Facebook völlig gehen. Geht nicht auf TikTok und auch keine Glocke. Bleibt einfach fern. Bis bald. Ciao. Euer Manuel. War es okay? Ach, scheiße. Ja, 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 genau. Das ist wie beim Bili mit dem Kipp. Aber das ist ja noch ein Film. Du kannst du mir mal... Boberg. Schleck, mach sein toll mit mir. Ich habe Schieß. Ich habe Schleck. Du kannst du mir .... Anderupon. Bis zum nächsten Mal.